Am 27. November findet die European Researchers Night 2020 in der Aula der Wissenschaft statt, exklusiv im Internet. Es erwarten Sie Live-Vorträge, interaktive Workshops, spannende Diskussionen, das Science Slam Österreich Finale, ein buntes Kinderprogramm und eine Science Show von und mit mir. Ich freue mich auf Ihren Besuch am 27. November ab 15 Uhr. Seien Sie dabei für ein Feuerwerk der Wissenschaft!